Untertitelung im Auftrag des ZDF und der Rundfunk Scheiß Eis, ich glaub nicht. Was jetzt? Das Spiel, oder? Das Ding hier. Bitzfrei. Ja, das Ding hier ist Bitzfrei. Ich brauche den Money, ich bin immer weg. Zweck! Zweck, Zweck. Nee, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. das hat sich gelohnt aber das hat sich gelohnt die AX ja die AX ist sexy das ist der sexiest deal im ganzen Spiel und wenn ich keine AXe mag ich bin der Geschwärter zu suchen Biber wird noch mal nicht Geschwärter holen und dann ist es vorbei jetzt bin ich hier mit dem Ding das ist Alolaini ich weiß gar nicht wie sie labbra, aber gut ich glaub sie sind ja auch noch ein Gegner ja, da ist er Guten Tag ich bin von der GEZ also, von Ruhelos, oh man, der war richtig gefährlich und und lab hm, was ist das? das wurde glaub ich durch irgendein Mod wurde das gesamte Schlossöffnungssystem verdammt erschwert weil das hat jetzt immer random ist wo das Schloss ist, nachdem das schlicht einmal abgeworfen ist ja das Allerheiligste ist Ödstollzübelkrabbs so schlicht ich bin Ich komme für dich. Ich komme für dich. Ich komme für dich. Ja, das ist die Komponente. Der Charakter kompensiert sein Aus, sein Nicht, seine nicht vorhandene Schönheit mit der Kraft. Vor allem weil es so... Alter, was ist denn das für Arme? Oh Gott! Aftilon! Hey Aftilon, ich bin's weg! Mach ich dich besser, Aftilon! Ach, da war gar keiner noch mal ein Stein. Ich bin am überlegen, wir sollten vielleicht wohl jetzt sein Vampir machen. Sein Vampirland! So, und jetzt das schwerste Rätsel von allem. Alles zweimal drehen. Dann müsste es klappen. Ich meinte natürlich, ähm, ja. Ah, Bär. Nein, die Eule war doch richtig! Glaub ich zumindest. Ja, sag ich ja. Hm. Oh. Hm. Hm. He is so beautiful. Oh nein, Batman. He is from Batman. Oh nein! Hm. Okay. Uh, dann krieg ich schon mal die Wicht auf. Ich mag keine Falle. Oh. Heldstiefel das... Okay. Hu. 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 Uh. Hey. Hu. Hu. Das lustige Wort der Macht. Mit den Lippen aufgesaugt. Oh, Traugriffürst! Nein! Was ist das? Was für ein Buschenschlag! Jawel. So viel zum Thema Traugriffürst. Okay. Na gut, das kann sie schon. Ich hab noch ein bisschen was mit dem FB sogar schon vorher gesehen. Nee, ich zähl mich nicht für Star Wars, Brille. Eine Truhe. Und hier drin haben wir... bisschen was ist. Wow! Oh! Ich muss mal kurz was gucken. Wenn ich jetzt wieder reinkomme, ist das Ding dann doppelt zu groß. Weil dann nehm ich's mit. Ja! Hm? Hm. Oh, gut. Wow! Das sieht cool aus! Steig in meinen Mund! Uhhh! Und hier. Und hier. Oh, gut. Oh, gut! Wow, das war cool. Noch mal ein Pixel. Abteu was gegen meine in Lachen Nein! Nein, Beta! Danke! Perfect Nein! Nein, blem! Nein! 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 Zahnarzt, Tock-Tobol! Zahnarzt, Tock-Tobol! Komm, reiten jetzt mit dem Totenkopf nach unten! Los, Totenkopf nach unten! Das sieht irgendwie cool aus. Kann ich den Totenkopf eigentlich... Kann ich... Ich sollte es vielleicht nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Totenschädel! Der macht! Ach, du bist nicht viel größer als vorher. Du bleib schön da liegen. Bitte! Der wirkt immer noch nicht viel größer. Du gehst vor, Harald! Los! Grrrr! 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 Moment, ich hab's gleich! Mal muss in den Kopf. Mal muss in den Kopf, aber im Kopf. Grrrr! Guck! Ein bisschen dämlich, was ich hier mache, aber gut. Guck! 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 Du Fuchs! Lauf! WTF?! Alter! WTF?! Warum?! 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 WTF?! 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 Ich hab ihn auf tausendfache Größe gestellt, deswegen ist er so riesig. So, als nächstes ist ein Fischschwamm unter Wasser. Was denn hier? Uh, nice! Das kenn ich gar nicht. Her damit! Eine Muschel! Muschelfleich! Bevor der scheiß Schlachterfisch kommt! Oh! Bevor ich da trinke! Ähm, was?! Nein, das sollte nicht passieren! Aber wenn du schon mal da bist, M wohl, äh... Das war Taro! Guten Tag! Da sterben Sie bitte! Scheiß, schwachter Fisch! Wiedersehen! Du kannst nicht unter Wasser atmen! Du hast auch nur begrenzte Luft, nur die wird nicht angezeigt. Du verlierst irgendwann Leben und stirbst. So einfach ist das. Hallo Schachterfisch. Wo bin ich jetzt überhaupt? Karte. Ah, da. Marsch der Welt. Sehr gut. So, ich werde jetzt persönlich gerade noch mal kurz darüber gucken und dann beenden wir jetzt. Flachterfisch. Da drüben. Ähm, hallo. Hallo. Halt, stopp. Das können wir jetzt alles bereden. Taucht einfach aus dem Typ auf. Trollfett, geil. Verschwörung? Nee. Schade, hier war nicht mal irgendein Trollfett. Trollschädel. Langweil. Ich kann dich mal umtrollen. Trololololololo. Hallo. Kann ich jetzt darüber gehen? Ich würde sie gerne mal dieses Schloss besichtigen. Hallo Dampfzenturio. Was macht der scheiß Dampfzenturio hier? Heilige Scheiße. Der bringt mich doch um. Natürlich. Ich weiß nicht, der stärkste Arzt von allen. Well, he's dead. Ah, er hat Stahlrüstung.